Hi und herzlich willkommen zu diesem Videotraining. Mein Name ist Stefan Schäfer und ich freue mich, dass du dich dazu entschieden hast, dieses Videotraining zu kaufen, denn es bedeutet, dass du Lightroom lernen willst, das Programm verstehen möchtest und deine Bilder endlich richtig geil bearbeiten möchtest. In diesem Kurs geht es darum, das Programm mal so komplett kennenzulernen. Ich werde dir also wirklich von A bis Z mal alles ein bisschen vorstellen. Ich werde dich in das Programm einführen, das Ganze natürlich möglichst einfach gestalten, denn ich gehe mal davon aus, dass du absolute Anfänger bist, was das angeht. Und von daher werde ich jetzt nicht in das kleinste Detail in jeder Funktion gehen, sondern ich werde dir die wichtigsten Funktionen erzählen. Die Funktionen, die du brauchst, um das Programm gut zu verstehen und damit gut arbeiten zu können. Ich werde dich also in diesem Videotraining nicht mit 8 Stunden Videocontent zuballern und du weißt am Ende gar nicht mehr, worum es geht, sondern es geht darum, die wichtigsten Funktionen knackig, schnell und sauber formuliert dir beizubringen und ich hoffe, dass du daraus eine ganze Menge ziehen kannst. Wir werden damit anfangen, wie man in Lightroom seine Bilder verwalten kann, wie man sie organisiert und so weiter. Dann geht es natürlich um die Bildbearbeitung an sich, denn das ist Lightrooms Stärke. Und es geht dann natürlich aber auch noch weiter. Wie kann ich meine Bilder exportieren? Wie kann ich meine Bilder zum Beispiel auch aus Lightroom heraus in eine Webgalerie setzen? All das wirst du in diesem Videotraining lernen und ich hoffe natürlich, dass du dabei genauso viel Spaß hast wie ich. Lass uns einfach direkt zusammen loslegen. Wenn du irgendwelche Fragen haben solltest, kannst du mir jederzeit auch eine E-Mail schreiben. Die wird dir hier unten jetzt gleich nochmal eingeblendet und dann kannst du dich da vertrauensvoll hinwenden, falls irgendwelche Fragen offen bleiben sollten. Ansonsten jetzt, wie gesagt, ganz viel Spaß mit diesem Videotraining und ich hoffe, wenn wir uns am Ende wiedersehen, wirst du Lightroom verstanden haben und selber gemerkt haben, was für ein geiles Programm das ist und was man damit alles anstellen kann. Bis zum nächsten Mal.